Kein super Wetter, vermutlich kein super Spiel, keine super Anschlusszeit, supergeil. Etabliert seit 2016, Alter. Etabliert. Stuttgart! Hier regiert der VfB! 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 Ja super! Boah, ich hab's gesagt! Forza VfB! Forza VfB! Forza, Forza, Forza VfB! Auf geht's, Jungs aus Karnstadt! Sie sind los! Die ist nicht schlecht. Irgendwann muss man jetzt mal nennen. Ja, 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 ja! Jaaaa! Jawoll! So eine hässliche Drecksmutter! Jawoll! Endo! Ha, geil! Ja, war's sogar! Na komm, nimm's mir jetzt zurück! Komm, befehle ich bestimmt einen Grund, nimm's zurück! Hast du das Video bereits? Na klar, wie immer! Vor allem faul im Vorspiel kann wieder alles sein! Wahrscheinlich noch faul vor der Ecke, oder? Kann wieder alles sein! Ihr macht unseren Sport kaputt, ihr Wichser! Alter, ist das lachhaft! Scheiss! Scheiss DFB! Scheiss DFB! Scheiss DFB! Scheiss DFB! Scheiss DFB! Jaaaa! Abseits! 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 Nummer vier für Gomez, jawoll! Das vierte Mal Abseits Gomez, der spielt keinen Fußball mehr, Alter. Der hat gar keinen Bock mehr. Der Hass ist real. Endlich meine erste Hälfte mit 8 Minuten Nachspielzeit. Selbst wenn ich will solche Hälfte nicht. Anspiel, Alter, wenn ich das verlese, es kann gar nichts Gutes sein. Es kann gar nichts Klares sein. Das wäre so der Hoffnungssimmer für uns. Es wird genau so richtig gewesen sein wie später in St.Hausen. Der war ja auch lächerlich. Komm Junge, bitte. Jaaa! Vasilas! Stuttgart! Es ist auch gut, dass Vasilas macht und ich komme es. Vamakiduka! Jaaa! Die letzte Woche wieder ein Elfer-Tor. Eins! Jetzt müssen wir es 2-1 machen. Eins! Gut so! Jetzt auf! Kurzer Aufwind! Kurzer Aufwind, Junge! Jetzt bleiben wir dran, jetzt bleiben wir aktiv. Stecken, jawoll! Oh Gott, mal die Trauer wirklich, diese Folge. Wir haben gar nicht wenig Gutesfall. Endes. Jaa! Servin Morten! Jaaaaa! Jawoll! 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 Videobeweis! 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 Das ist ja heutzutage routinisch, der Evo ist, was da passiert. Videobeweis! Ja natürlich Videobeweis, wie immer. Er ruft nicht mal mehr das Tor. Ja, er ruft den Torschützen gar nicht mehr. Er ruft ihn gar nicht mehr. Wenn er eh weiß, dass es nicht zählt. Er zählt nicht. Was ist jetzt? Was ist hier? Was ist hier jetzt? Auf geht's! Ich raff diesen Sport nicht ab. Jetzt traut er sich. Jawoll! Ja! Jetzt schau doch, pass auf! Jetzt guckt er, jetzt hört er. Er hört wieder, jawoll! GORMES! 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 Jetzt hört er, ja! Jawoll, es zählt! Es zählt! GORMES! GORMES! Es zählt! Halleluja! GORMES! 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 Jetzt haben wir es geschafft, als wir es noch nie geschafft haben, wir haben ein Spiel gedreht. Wunderschön, 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 alter, traumhaft gespielt, richtig geil von Boris abgelegt, wunderschön gespielt. Ja, aber wer wird das Verstand durch die Beine, Alter? GOOOOOO! Guck mal, mein Tipp ist... FIRST! Ich hab FIRST! Ich hab FIRST! Ich hab's geändert... 3! Der hat noch 6, Alter. Luf, D Scripture! Wer mich höfft, der Isers PFADänzer! Ey, ey, wer mich hüpft, der Isma-Dänzer, ey, ey, wer mich hüpft, der Isma-Dänzer, ey, ey, ey ! Bravo! Niemals aufheben, kämpfen und siegen! Niemals aufheben, kämpfen und siegen! Aufheben!